Es muss Schluss sein mit allem. Versprich es mir. Ich versprich dir, wenn die Pässe da sind, ich werde der deutscheste Deutsche. Seitdem der Vater geworden ist, ja, ist so ein richtiger Lappen geworden. Das Haus habe ich schon länger im Auge. Ich will ein sauberes Leben, kein Stress. Die Macht! Mein Mann wurde von meinen Augen festgenommen. Die Polizei hat meine Wohnung zerstört. Wenn deine Familie alles ist, was du bist und hast, wenn Zusammenhalt und Loyalität dein Überleben sichern, schaust du genau hin, wem du vertrauen kannst. Vier Blocks. Die Premiere ab 8. Mai 21 Uhr auf TNT Serie. Die Premiere ab 9. Mai 21 Uhr auf TNT Serie. Die Premiere ab 9. Mai 21 Uhr auf TNT Serie. Die Premiere ab 9. Mai 21 Uhr auf TNT Serie. Die Premiere ab 9. Mai 21 Uhr auf TNT Serie.